einen wunderschönen guten tag doppelgong herzlich doppel willkommen und herzlich willkommen natürlich ihr lieben ich weiß gar nicht was los ist ich weiß gar nicht was ich sagen soll seit dem letzten video sind so viele dazu gekommen also für mich sehr sehr viele vielen vielen dank und auch die aufruf zahlen ich weiß nicht was ich anders gemacht habe also ihr kennt mich ja mittlerweile ich habe weder den inhalt geändert noch irgendwie verstehe ich nicht so als ob ich irgendwo zurückgehalten wurde oder man mich nicht gefunden hat oder es soll eben jetzt gerade auch dementsprechend so sein dass viele auf das video treffen ich kann es mir manchmal echt nicht erklären mit youtube oder vielleicht ist es auch energetisch bedingt keine ahnung vielleicht guckt man bei youtube jetzt gerade nach bestimmten schlagworten ich weiß es nicht aber auf jeden fall vielen vielen dank ich bin sehr sehr dankbar freue mich sehr dafür und wir gehen heute wieder rein du und dein gegenüber positives wie negatives unbedingt in dem video drin lassen ansonsten das video verlassen damit du dich hier nicht manipulierst denke daran verliere den verstand nicht durch die karten sondern gewinne an deinen impulsen das ist mir ganz ganz wichtig und zu guter letzt es kann die liebe betreffen familie freundschaften oder für den den du eben gerne einschaltest oder gucken möchtest ja welche person hat es hier dir angetan oder was möchtest du wissen in der aktuellen energie ihr müsst euch das ein bisschen ummünzen wenn ich dann sage liebe leidenschaft ist dann faszination bei freundschaft oder familie ein sehr wertvoller mensch ja so oder so aber manchmal geht man ja da immer so nach liebes ding weit zu 80 prozent schaltet ihr hier wegen liebe ein und das ist auch ganz okay so ihr lieben bevor wir anfangen ganz ganz wichtig nicht verlieren es muss zu 100 prozent stimmen manchmal habe ich gesagt zu 80 prozent um erstmal hier rein zu kommen aber mir ist es schon fast lieb wenn man hier zu 100 prozent einfach mit reinkommt und die energien sind einfach anders ich sag's für jeden noch mal im moment wer weiß wer macht gerade alles kartenlegung zeitgleich zeitgleich wie viele menschen weinen zeitgleich wie viele menschen lachen gerade über einen witz zeitgleich wie viele menschen werden gerade geboren das ist die energie die hier natürlich auch zeitgleich auch verschiedenste menschen zutreffen kann und deswegen wundert euch nicht immer wie geht denn das dass so viele damit zu tun haben weil es eben so ist bei sehr vielen menschen auf dem erdball ihr lieben wir gehen jetzt erst mal rein du hast du deine situation für dich im kopf die engelbotschaft für dich lautet in diesem prozess lass dich davon führen oder wenn du hier schon sagst nein passt überhaupt nicht zu der botschaft dann einfach ausdrücken ja wie siehst du die ganze situation bzw welchen rat bekommst du vielleicht bist du hier genauso drin und kriegst eine bestätigung von diesen botschaften hier folgendes du musst das ganze aus der vogelperspektive jetzt betrachten nicht mehr ich bin hier mein gegenüber war da ich gucke hier jemand direkt in die augen ihr habt vielleicht auch noch eine gegenwart situation manche haben das schon verlassen und gucken für die vergangenheit was ist da passiert und viele natürlich auch für die zukunft ja das sind aber generell tendenzen ich nehme ich zurück von der wahrsagerei will ich gar nichts mit zu tun haben in diesem kollektiv wenn ihr das so aufnimmt dann freut es mich aber ich werde das nicht raussenden und sagen dass ich hier was wahr sage denn die verschiedensten situationen könnten sich ändern wie ihr wollten müll runterbringen und ein anruf kommt dazwischen so könnte ich sagen ja du bringst den müll runter aber in dieser energie verändert sich was weil du durch das telefonat dein müll vergisst so könnt ihr das euch so ein bisschen vorstellen ihr müsst realistisch das was ihr bekommen habt körper geist seele hier auch in die einheit bringen in die mäßigkeit meine lieblings karte im tarot ihr lieben aus der vogelperspektive bitte 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 diese situation betrachten wenn du einen rat geben würdest für jemanden den du kennst dann würdest du ja auch zwei personen sehen sozusagen inklusive dich jetzt in diesem fall und dann gegenüber und gucke in welchen situationen kam es dazu oder vielleicht nimmst du dann auch ganz andere sachen war die du in diesem prozess von auge zu auge oder vom gefühl nicht sehen würdest der vielleicht eröffnet dass du hier noch mal so ein höheres bewusstsein für dich selbst ihr lieben wir gehen rein ich mache auch heute die woche noch mit den körper karten weiter vielleicht werde ich noch mit tarot insbesondere auf decken ja mal gucken dass es auch immer so impuls mäßig wirst du ich kann das gar nicht so da geht da meine hand hin und ich sage mir okay so wir gehen mal rein wie zeigst du dich gerade momentan wie zeigst du dich gerade du willst eine rechtsprechung ja das ist manchmal so das was ich am dienstag immer lege was glaubst du wer du bist du möchtest dir einfach eine klarheit die fehlt vielleicht auch hier eine kommunikation dir fehlt einfach das ende und deswegen fällt es sich schwer abzuschließen du willst dich gerne rechts sprechen das gilt auch für sachen die vielleicht auch hier vom anwalt unterstützt werden oder ihr habt hier prozesse in sachen scheidung oder wartet hier auf irgendeine sache die euer gegenüber hier verhindert oder beschleunigen könnte je nachdem wie es gerade ist ihr wollt euch hier frei sprechen ja also das ist für euch schon fast das wichtigste hier etwas zu verstehen so zeigt sich dein gegenüber gerade aktuell mit was hat man hier zu tun vielleicht fühlst du das oftmals auch ja wie die sogenannten mutterinstinkte oder wenn man merkt hey irgendwie merke ich da ist irgendwas ich rufe mal lieber an wie oft haben das schon menschen erlebt dass dann genau dann in diesem moment irgendwas war und zum glück hat man dann angerufen oder nachgefragt oder sich gemeldet ne ich wollte sie noch auffangen naja gut dass wir heute schon mobilisiert haben irgendwann bleibe ich dann wahrscheinlich unten mit dem kopf dann gegenüber ist in der verzweiflung also das bist du und dann gegenüber geht sie gerade gar nicht gut ich hasse so eine karten ja ich was heißt hasse aber es ist dann immer so schwer hier ist man einfach verzweifelt vielleicht spürt ihr das auch ja wir haben hier 32 quersumme fünf ihr habt die drei die drei wäre bei euch ihr wollt die situation einfach beherrschen weil im tarot wäre die drei eben auch die herrscherin und das wäre eine ganz vernünftige angabe ihr versteht hier schon den prozess ihr wollt euch hier aber nicht aufgeben und verlieren ihr werdet schon bereit dem anderen zu helfen habt dafür vielleicht das bestmöglichste getan aber jetzt ist irgendwie auch mal sense ihr müsst hier stärker werden und sagen ich habe auch noch ein eigenes leben ja und ich kann meine seele nicht verschenken für dich damit ich eine tote seele in mir trage also du bist hier auf dem kampfmodus ich achte jetzt mehr auf mich ja trotz dieser situation dass du gerne diese rechtsprechung haben wollen würdest dann gegenüber hat hier im tarot sozusagen den hierofanten hier hat man eine erkenntnis bekommen ja mit der quersumme fünf deswegen ist man verzweifelt man hat hier verstanden worum es bei euch in diesem prozess ging und macht sich vielleicht selbst auch gerade so gedanken was habe ich hinterlassen ja oder warum ist es mit uns so weit gekommen sagen wir es mal einfach so wir gehen mal rein mit den kärtchen damit war das ganze noch so ein bisschen aufdecken warum ist man denn hier verzweifelt einmal klatschen bitte die unterstützung quersumme quersumme sieben haben wir hier den wagen ja man ist verzweifelt weil man hier die richtung nicht mehr kennt und weiß wo es lang geht für ein im tarot die quersumme sieben von der 34 wäre der wagen ja wir haben hier wenn es euch weiterhilft eine stierenergie bei der erkenntnis hierofant und hier haben wir eine zwillingsenergie man hat oder man sieht ein dass man die falsche richtung genommen hat unabhängig jetzt davon ob man da rauskommt oder nicht ja aber das ist hier die verzweiflung pur womit man hier gerade überrollt wird oder auch zu tun hat in die offensive gedrückt wird von der energie mit sich selbst die probleme gerade im kopf hat möchte man natürlich wegschaffen wo bist du du hast mich unterstützen können ja oder vielleicht auch warum habe ich dich nicht weiterhin weiterhin unterstützen können die unterstützung hier war der falsche weg ja hier merkt man hier ist der falsche weg bei dir ist die kontrolle passt auch super schön zur herrscherin wir haben hier die 16 auch quersumme sieben euch begleitet beide die weg beschreitung ja ja beide die krebsenergie den wagen hier bekommen und du brauchst diesen weg um dich freisprechen zu können du brauchst auch die herrscherische angabe um deine kontrolle hier wieder zu bekommen die hat man dir in diesem prozess einfach geklaut mitgenommen beziehungsweise hast du dich oft gefragt was hat man hier mit mir gemacht ich war mal so ein starker mensch ja ich kann ja schon selbst die kontrolle nicht mehr über mich alleine halten also das wäre jetzt erst mal wie du etwas wahrnimmst siehst und in welcher energie du steckst und das wäre wie dein gegenüber hier in der energie steckt wahrnimmt und was da gerade für prozesse im auflösen sind ja so wenn du fühlen könntest und dich hinein fühlst dann lasse ich jetzt eine karte von den kippe angaben fallen können auch zwei sein oder drei je nachdem was mir zufällt wie du deinen gegenüber derzeit empfindest fühlst und siehst ja jeder hat ja so eine wahrnehmung und wenn es euch gerade dann oder jetzt beschäftigt dann fragt ihr oder merkt wo steckt gerade mein gegenüber eigentlich drin ja man könnte das so ein bisschen abschätzen wo steckt dein gegenüber wie siehst du hier dein gegenüber oder das gegenüber ein kleines kind mit der 18 quersumme 9 hier hat sich jemand zurückgezogen das ist dir klar oder hat sich dir auch nicht geöffnet sodass du nie richtig wusstest was geht denn hier eigentlich ab ja hat man hier innere kind themen ist das so also das was du jetzt hier von deinem gegenüber siehst sind das die gründe die du eigentlich klar auf der hand hast weil man das nie lernen konnte habt ihr vielleicht kinder zusammen deswegen hast du sehr lange getrauert geklammert gehofft gekämpft oder hier ist wirklich eine problematik drin die dem inneren kind zugeordnet werden kann deswegen hast du auch gemerkt dass man in der gefühlsangabe sich vielleicht oftmals zurückgezogen hat und dem entsprechend quer benommen hat ja sage ich mal so vielleicht auch völlig neben einer rolle stand wo du teilweise auch moralisch dachtest wie respektlos ja oder wie wie kannst du so unempathisch handeln du benimmst dich wie so ein kleines kind oder wirklich fast schon streckenweise wie so ein unerzogenes gör ja wer hat dir das beigebracht also so siehst du deinen gegenüber so nach dem motto ich sag's mal für dich du musst noch eine menge lernen du musst reifen ja das geht bei dir im gefühl bei der rechtsprechung und bei deinem gegenüber hier im kopf ab du musst noch sehr viel lernen dein gegenüber fühlt dich folgendermaßen oder sieht dich auch gerade so hast du hier jemandem auch mal wieder angenehme zeilen oder oder textliche nachrichten hinterlassen ja die müssen aber natürlich auch angenehm zu lesen gewesen sein weil daran klammert man sich gerade als unterstützung nehme ich an man wird hier nicht mehr gefüttert von dir mit kommunikation mit whatsapp sprachen mit e-mails mit briefen je nachdem wie das jeder so noch macht oder gemacht hat hier sieht man dich in der energie wie schön wäre es von dir jetzt was zu bekommen oder es hat sich so schön gelesen hier klammert sich jemand nach den sätzen die du mal von dir gelassen hast ziemlich zum schluss natürlich ja vielleicht war das sogar dein freispruch mit dem man sich jetzt gerade hier beschäftigen muss weil man sonst selbst nicht rauskommt ja beschäftigen muss man wird hier konfrontiert was hatte ich dann am meisten gestört oder wo sagst du dir genau das liegt hier in den inneren kind themen oder auch dieses benehmen wie ein kind überhaupt nicht verantwortungsvoll wo hat dieser mensch mich geblendet ja wo muss man reifen in zwei so pass auf man muss reifen ab wann man loslässt ja wir haben hier das loslassen und das ist schon fast wie wie kann man loslassen wenn wir eine verbindung führen ja oder wenn wir uns entschlossen haben eine bindung einzugehen wie kann man denn menschen loslassen wenn wir verbunden sind das ist das was du dich fragst was absolut in der schwere bei dir liegt und dich derzeit immer noch ab und zu vielleicht beschäftigt ja aber bestenfalls bist du hier auf dem weg nach draußen ja wir machen ja den kanal nicht um hokus pokus ja da soll jemand zurückkommen ihr habt ja nichts von wenn derjenige ungeheilt oder unverändert auf euch zutrifft ja da bist du ja wieder an dem prozess wo wir angefangen haben wichtig ist ja hier dass die energie auch beide erreicht von euch und jeder für sich vorwärts geht und wenn ihr euch dann irgendwann trefft dann seid ihr wenigstens beide imstande zu erkennen was ihr wirklich wolltet und was nicht ja und wenn das beide verstanden haben dann umso besser der angenehme brief warum beschäftigt man sich mit deinen zeilen oder mit deinem hinterlassen im gesprochenen die fliegen aber ganz schön du gibst jemandem kraft wir haben hier die kraft die stärke das gibt jemandem kraft sich die zeilen durchzulesen sich daran zu erinnern ja das ist krass das ist was sehr schönes was du hier hinterlassen hast ich meine klar es wird schmerzvoll gewesen sein aber auch zu dieser unterstützung die wir irgendwo vorhin hatten das nimmt sich dieser menschen unterstützend deine zeilen ja das hat man wahrscheinlich da wo man steckt ewig nicht bekommen das ist wie so ein wie eine powerbank ja ich glaube die älteren von euch wissen was eine powerbank ist ich erkläre es weil wir sind wirklich teilweise über 80 jährige zuschauer was mich sehr freut eine powerbank ist wie so ein akkuladegerät ja und man benutzt hier worte hinterlassenes geschriebenes können auch geburtstagskarten sein um diese unterstützung für sich selbst hier zu kriegen ja man ist hier wahrscheinlich irgendwo in einem prozess wo man sich absolut feingelassen fühlt fühlt aber eben auch geschuldet durch dein gegenüber ja je nachdem für was man sich hier entschieden hat wir gehen mal rein so siehst du die verbindung oder hast sie gesehen je nachdem ob sie vergangen ist oder ob ihr noch drin steckt du wurdest hier beraubt ja du fühlst dich hier nicht ehrlich behandelt mit der 24 quersumme 6 haben wir wirklich auch das liebespaar aus dem tarot mit der zwillingsenergie falls es für euch notwendig ist wir haben hier die 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 irgendwie versucht hast, zu manipulieren. So siehst du das Ganze, ja. Und das müsste man natürlich erst mal wieder ins Reine bekommen. Dein Gegenüber sieht in dieser Beziehung einfach auch diese Reise Höhen und Tiefen, mit denen man wahrscheinlich überhaupt wirklich nicht fertig werden konnte, ja. Aber das war hier anfangs eine Abenteuerreise. Hier wusste man tatsächlich gar nicht, wie ernst es wird zwischen euch. Hier hat man das Ganze viel, viel lockerer angefangen als du. Ich muss es dir leider sagen. Hat sich hinten raus wahrscheinlich erschrocken, wie gefestigt sich diese Verbindung bei euch hat, ja. Grammatikalisch absolut Inhalt 6. Hier merkt man, es sollte wirklich vielleicht auch nur eine Abenteuerreise werden oder auch das, was ich mit dir erlebt habe, habe ich nur mit dir erlebt, ja. Du hast mir Sachen gezeigt, die hätte ich irgendwo auf Reisen kennengelernt. Ich habe bei dir das Schönste sehen können und doch bin ich weitergefahren, ja. Oder weggefahren. Also das sind so die Punkte, die dein Gegenüber hier beschäftigen in dieser Angabe, um zu gucken, ist es deine Energie, deine Legung. Was hat man dir hier geklaut zusätzlich zu dem Diebstahl, zu dem Raub? Du weißt gar nicht mehr, was du besitzt, ja. Du bist hier in der Filterangabe, haben wir wieder die Quersumme 1, das wäre der Magier, passt eigentlich auch perfekt dazu, weil der Magier hat alle Elemente, die man braucht, um hier vorwärts zu kommen oder wo man merkt, okay, daran muss ich noch arbeiten, um mit mir vorwärts zu kommen. Du filterst hier wirklich, könnten auch wieder Detox-Sachen sein, entgiften, du musst dich hier von der Energie entgiften oder auch von der Liebe, könnte auch eine toxische Liebe gewesen sein. Das ist ganz klar, dieses Gib mir meins zurück, ich habe es dir nur ausgeliehen in der Zeit, wo wir zusammen waren, aber ich habe dir niemals erlaubt, meine Energie oder meine Seele hier zu klauen oder missbrauchen, ja, so nach dem Motto, meine Liebe zu klauen. Auf der Reise, an was erinnert man sich hier am speziellsten, was man mit dir nur alleine hatte? Ich sehe noch gar nichts. Die Liebe, ja, mit der 6 haben wir auch hier mit der 15 Quersumme 6 auch doppelt nochmal abgesegnet, das Liebespaar mit der Zwillingsenergie, was wir vorhin schon auch hatten, ja. Wir hatten die Richtung bei euch gleich mit der 7, wir hatten jetzt zweimal die 6 drin für die Liebenden im Tarot, ja, was soll man dazu sagen, ihr seht es ja selber, die Liebe, wahrscheinlich die einzig wahre Liebe, die ihr untereinander gefühlt habt, da war dein Gegenüber hier noch gar nicht so weit, ja. Wundert euch nicht, das ist eine Schwefeltunktur, ja. Das wird eine Weile so bleiben, ich weiß, sieht ein bisschen doof aus, aber nicht, dass ihr euch wundert, was hast du da gemacht? Es geht einfach nicht ab, bis meine Haut oder bis dieses Ding abfällt. So, der Wunsch, den du gehabt hättest oder den Wunsch, den du an dein Gegenüber gehabt hättest, das Gegenüber, die Person, warum du hier einschaltest, ist folgendes. Was hättest du hier gerne gehabt? Worum geht es dir? Also klar, die Rechtsprechung fehlt noch. Oh. Wir haben das Gefängnis, die 29. Ich glaube, du hast ja erkannt, wie gefangen du wirklich in dieser Beziehung warst, ja. Bei aller Liebe, muss ich jetzt echt so sagen. Bei aller Liebe, die hier wirklich stattfand, wir haben es ja gesehen. Hättest du dir gewünscht, dass du dich selbst nicht so gefangen hättest und auch viel früher erkannt hättest, wie gefangen du hier in der Beziehung eigentlich warst, ja. Oder wie schnell man dich hier abhängig gemacht hat oder fangen konnte. Mit der Quersumme 29 haben wir die 2. Und da haben wir, oh Gott, die Löcher in meinem Kopf. Manchmal bin ich echt dämlich. 1, 2. Wo sind denn die Wörter hin? Was kommt denn vor der Herrscherin? Hohe Priesterin, meine Güte. Hohe Priesterin. Dieses höhere Bewusstsein hat dir gefehlt. Die Erkenntnis hast du jetzt vielleicht sogar bekommen, ja. Dieses, das darf niemals mehr passieren. Dass du dich hier für jemanden aufgibst. Nur für jemanden dich aufopferst. Als wärst du selbst nicht mehr du selbst. Als gäbe es morgen keinen Morgen mehr, ja. Du hast dich gefangen gefühlt. Wolltest viel früher wahrscheinlich raus. Aber du hast dich selbst für diesen Menschen in diesem Prozess aufgeopfert und stillgelegt, ja. Du wurdest, warum auch immer, hier gefangen. Und da gilt es auch, deinen Reflexionsprozess anzukurbeln, zu sehen, woran lag das hier überhaupt, ja. Dass du hier nicht deine Grenzen setzen konntest und früher aufschließen konntest. Und gesagt hast, gib mir den Schlüssel. Ich möchte jetzt aus unserer Verbindung raus. Wir gucken mal, welche Ursache das sein könnte. Ach Mensch, schön. Gucken wir immer. Ach Mensch. Sehr passend, ja. Mit Nähe und Distanz konnte man hier dieses Spielchen mit dir spielen. Und dann ist es natürlich schwergefallen, wenn mal wieder die Nähe kam, hier eine Distanz zu schaffen, ja. Oh, das ist aber echt spielreif, rollenreif, ja. Rollentausch. Ich sag auch immer oft, hier drauf achten, ja. Rennt ihr schon hier in so eine Dom-Sub-Richtung? Das ist nicht ohne Fetisch belastet. Ich hatte mich den einen Tag auch mit jemandem ausgetauscht, wo ich gesagt habe, ja, eine Beziehung besteht fast aus Dom-Sub, ja. Es ist selten, dass sich zwei Menschen auf Augenhöhe sehen und das ist auch gar nicht schlimm. Wenn ihr den Fetisch einfach mal weglasst, ist einer von euch wirklich der Sub gewesen unterhalb, ja, und hat sich einfach dominieren lassen, manipulieren lassen. Woher kommt das, dass viele Menschen sich dann wirklich so unterbuttern lassen, ja. Oder in ungesunden Fällen ist es immer oftmals das Gleiche. Immer dieses Verhältnis, wer, warum steht man über mir, warum finde ich das vielleicht schön, ja. Auch da die Gedanken machen, warum möchtest du da von jemandem dominiert werden, weil anscheinend hast du es ja hier wirklich mit dir zugelassen, machen gelassen, ja. Wo kommt das her, dass du dich unterdrücken lässt und das nicht mehr in spielerischer oder abgesprochener Form, ja. Das bitte zur Seite schieben, sondern das hier wirklich in toxischer Form. Ich sag's dir ganz ehrlich, das ist hier kein Liebesspaß oder abgesprochener Spaß gewesen, sondern so sieht die wahre Sache aus, ja. Einer über dir, du unter. Und da, wo kommt das her, ja, selbstwert gelitten, warum Selbstliebe nicht vorhanden, warum hoffst du so lange, wenn man dich oftmals hier enttäuscht hat. Das ist es einfach. Warum hast du es zugelassen, dass man dir durch Nähe und Distanz immer wieder diesen Knochen oder diese Futterschüssel hinstellt und wegnimmt, ja. Ja, natürlich rollt oder verfängt man sich dann da wahrscheinlich durch diesen Grund. Aber wichtig ist, dass dir das ja nicht nochmal passiert, ja. Wir haben die 25 Quersumme 7. Wiegen. 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 Keine Ahnung, habt ihr zugenommen? Ähm, wie auch immer. Wiegen. Lasst euch nicht weiter verschaukeln, wie in der Waage im Wiegen, ja. Dass ihr, man schaukelt ja ein Kind ein, um, ich bin dann wieder der Dob, äh, der Dob, die Dominante in dem Spielchen, ja. Um das Kind beruhigen zu können, auf ganz andere Weise sind wir alle dabei. Aber so ist die Beziehung. Einer verschaukelt dich, damit du lahmgelegt wirst, damit du ruhig bist, ja. Für einen ungesunden Prozess. Bei Kindern natürlich, es war jetzt nur beispielmäßig, dass ihr das versteht und reflektieren könnt. Die Nähe und Distanz, warum habt ihr das so lange mitgemacht, ja. Ja, warum? Wahrscheinlich, weil ihr gehofft habt, es würde sich jemand ändern. Es würde jemand erkennen, dass du zugehörig bist, ja. Selbstmangel, Selbstwert, weil immer daran denken, wenn das jemand nicht von alleine versteht, bist du nicht in der Verpflichtung, jemandem das zu beweisen, ja. Nur dann besteht dein Selbstwert, wenn du die Kraft dazu hast, zu sagen, äh, tschüss, ja, komm, reicht. Wenn du das nicht siehst und gerade nicht brauchst, dann kann ich es ja auch nicht schmackhaft reden. Wenn du keinen Bock hast auf eine Banane, dann hast du keinen Bock auf eine Banane, lassen wir liegen. Da sage ich ja auch nicht, man, nimm mal, nimm mal die Banane mit. Probier sie im gequetschten Zustand, probier sie mit Haferflocken, back sie dir aus, ja. Merkt ihr, das ist schon wieder so und du merkst so, naja, ich kann jetzt fünfmal Nein sagen und nächste Woche kommst du wieder mit der Banane an. Das ist ein Prozess, den dein Gegenüber auch verstanden hat, ja, den man hier abspielen konnte und hatte dich wirklich in der Hand, im Gefängnis, im gefangenen Zustand. So, ohne Schuldfrage, ja. Wie hat denn dein Gegenüber hier die Beziehung für sich gesehen? Auch wenn man jetzt wahrscheinlich sehr spät kapiert hat, das war wahrscheinlich wirklich das Beste, was hier diesen Menschen passiert ist. Es war Liebe und alles, was ich von dir habe, sind nur noch Textzeilen oder gesprochene Wahrheiten oder auch ein Schamgefühl. Mein Gott, was habe ich mit dir in der Zeit gemacht, ja. Welchen Wunsch oder was hatte man denn hier eigentlich gesehen oder hätte es gerne gehabt? Du gerne lass mich frei, nimm mich so wie ich bin und dein Gegenüber, oh, Entschuldigung, ach Mensch, ein Egoist hoch 10. Kann es sein, dass dein Gegenüber sehr stark hier Aufmerksamkeitsprobleme hatte? Dass du vielleicht gar nicht gemerkt hast, dass du sehr stark doch warst? Deswegen vielleicht auch aus der Vogelperspektive mal beobachten. Dein Gegenüber wollte hier noch mehr Aufmerksamkeit haben. Vielleicht musst du für irgendwelche Prozesse da sein. Oder hast du demjenigen auch das, was du von dir gar nicht denkst und fühlst, doch mit einer Stärke und Grenzen gezeigt, du pass auf. Hier hat man nach Aufmerksamkeit gelächzt, ja. Hier war man die Hauptperson selbst. Das war der Wunsch. Und natürlich wird es jetzt Menschen geben, die sagen, bist du bescheuert, ja. Du warst doch in einer Beziehung drin. Du hättest doch zu mir kommen können. Dann kann man sagen, ja, dieser Trottel oder diese Trotteline, wir nehmen es geschlechterunabhängig, hat in diesem Moment nicht verstanden, eine Sache wegzugeben und sich für eine Sache zu entscheiden, ja. Und hat vielleicht auch wirklich verlangt, ich brauche mehr Aufmerksamkeit, weil ich muss ja sicher sein, ob du mich wirklich hasst, bevor ich das wegschmeiße. So eine Prozesse könnten das sein, ja. Also man macht hier eine Entwicklung, eine Reflexion fast durch und bereut, was hier zwischen euch abgelaufen ist. Und da, Flucht und Kampf, ja, Flucht und Kampf, Nähe und Distanz, guckt euch das an. Ihr habt hier alles gecheckt, ihr habt hier alles verstanden, ihr könnt euch in dieser Legung eigentlich sagen, ja, genau das war es, ja. Was für eine Rechtsprechung, ich habe das doch gefühlt. Das ist eine Bestätigung für dich zum Legen, zum Gucken, ja, zum Abschalten. Und ja, klar, wenn man das mit mir wirklich gemacht hat, um sich sicher zu sein und ich das gefühlt habe, was für eine Erklärung brauchst du noch, ja. Also ich sage es ein bisschen schroff aus, aber das ist die Antwort. Auch hier, ja, wenn du losziehen willst, geh auf den Rummel, zieh los in der Losbude, aber nicht mit Gefühlen, ja. Da gibt es nicht das Management, Flucht, Distanz, Kampf, ja. Was hatten wir noch? Nähe. Aber genau, immer verpasst in den Energien, ja. Wenn du Nähe brauchtest, ist man hier auf Flucht. Wenn man den Kampf wollte, hat man irgendwas provoziert, dann hattest du wieder die Nähe da, was eigentlich nicht dieser Hauptbestandteil der Nähe war, sondern ein Kampf, ja. Kämpfe um mich, ich brauche Aufmerksamkeit. Ich bin mir nicht sicher, was mit uns wird. Aber alleine ist man sich jetzt sicher geworden, ja, dass du fehlst und eine große Aufgabe oder ein großer Teil des Lebens hier eine Rolle gespielt hast bei deinem Gegenüber. Besser spät als nie, sage ich immer, ja. Weil das soll ja jetzt auch nicht böse rüberkommen. Wir haben hier die drei, die Flucht vor der Herrscherin, die du vorhin auch am Anfang warst, ja. Was haben wir hier? Die sieben, auch wieder die Richtung. Du hättest hier schneller die Richtung verstehen müssen. Hätte, hätte, Fahrradkette. Aber das ist ja nur für dich, um abzunicken, ja. Bist du hier drin, bist du dabei? Worum ging's? Am Ende, ums Loslassen, haben wir es wieder, ja. Ja, wer lässt los? Ich schätze oftmals, es ist ja wirklich dein Gegenüber, der losgelassen hat. Es könnte aber auch sein, dass energetisch dein Gegenüber wirklich gemerkt hat von dir, du lässt los und du hast es selbst gar nicht mehr in Erinnerung. Weil du eben auch gar keine Kraft mehr hattest für diesen Zustand. Es war ein Zustand, ja, der Toxic oder der Schmerz in dir selbst. Und du wurdest dir von deinem Gegenüber niemals aufgefangen, ja, oder nicht mehr aufgefangen. Bei euch ging es beide um das Loslassen. Hier hatte jemand Angst und was passiert mit uns? Du hast energetisch schon losgelassen, hast aber bildlich wahrscheinlich gedacht, du würdest niemals loslassen. Hast es aber, ja. Also ihr habt beide losgelassen. Nur auf eine andere Art und Weise, die du dir nicht erklären kannst. Und ihr habt beide, darum ging es, nur noch mit Gedanken zu tun gehabt, ja. Euch haben beide die trüben Gedanken belastet. Ihr hattet beide mit der Situation einfach zu tun und darum geht es, ihr Lieben. Wir gehen jetzt rein. Bist du noch dabei oder sagst du, nee, war nicht so, ist nicht meins, ja. Ich probiere das ja wirklich sehr akribisch zu machen, dass ihr hier nicht in die Manipulation selbst reinfällt. Dein Gegenüber im Kopf, ich probiere es mal selbst zu übersetzen. I don't want to be alone. So, ich möchte nicht alleine sein, ne. Ey, das, ich das schon raussuchen muss, ist echt peinlich. Aber manchmal sind die Sprüche einfach anders. Guckt mal. Ach nee, das ist ja gar nicht. Ich dachte gerade, was kommt denn da raus? I don't. Ich tue nicht was zu sein alleine. So, so würde man es übersetzen. Ich tue dafür nichts mehr, um, oder ich tue, ich will, ich will nicht alleine sein, ja. Ich tue, ich kümmere auf mit der Übersetzung. Holt euch ein Trinken. Das ist jetzt, äh, es, es nervt mich einfach, ja, dass man es nicht so korrekt einfach umgesetzt bekommt. Wenn ich es dann wieder lese, denke ich mir ja, okay, hätte sie vielleicht auch mal dahin denken können. Habe ich es überhaupt übersetzt? Mann, ey. Ich will nicht alleine sein, oder? Aber ich habe echt immer so ein Gefühl, dann vergesse ich wieder irgendein Wort, dann schreit wieder irgendjemand auf. Das macht die ganze Legung kaputt. Ja, genau. Hatten wir schon alles, ja. Deswegen, ähm, ich sag's euch, ich habe es bestimmt nicht übersetzt. Und ja, ich könnte mir einen Karteikasten machen, aber das ist jetzt auch irgendwie zu spät. Man muss es auch nicht übertreiben hier mit allem. Aber der Tipp war schön. Ne, habe ich natürlich nicht übersetzt. Wir bleiben dabei, ja. Ich will nicht alleine sein. Ich muss es euch so übersetzen. Wenn ihr der Meinung seid, schreibt es ruhig in die Kommentare, da bin ich ja immer froh. Wenn ihr jetzt irgendwie was anderes rausbekommt, wo der Spruch vielleicht ein bisschen bekannter ist und was anderes bedeutet, dann seid so lieb, schreibt das für die anderen rein. Nein, ansonsten ist das jetzt gerade hier im Kopf, würde auch zur Verzweiflung passen, ja. Ich möchte nicht alleine sein. Ähm, ich will einfach nicht alleine sein, ja. Hier merkt jemand in der Verzweiflung, wie alleine man eigentlich ist, ja. Und das ist auch wieder so ein inneres Kind-Ding, ja. So ganz alleine und vielleicht wusstest du das sogar, was bei deinem Gegenüber hier gerade abgeht. Sehnsucht passt ja dann auch, ne. Und da ist es doch scheißegal, wenn sich hier jemand aufregt. Der soll es mal vergessen. Die ganze Legung ist doof. Mitdenken, Impulse, ja. Von jedem, ich habe immer das Gefühl, dass ich euch anmeckere. Ich will es ja immer nur an die bestimmte Person raus senden. Was für ein Quark, ja. Also wenn das schon anstrengend genug ist, dann würde ich der Person einfach raten, für keine Beziehung, für keine Bindung zu anderen Menschen. Es ist alles mit Arbeit verbunden, ja. Und ohne Arbeit wäre es ja auch langweilig und dumm. Und da würden wir ja voneinander gar nichts lernen und mitnehmen oder eine Ergänzung haben. Agenda wollte ich schon wieder sagen. Dieses Wort Ergänzung und Agenda haut mir den Schädel irgendwann weg. Die Sehnsucht. Verzweiflung, Sehnsucht. Und jetzt können wir hier einfach drin bleiben, ja. Und ihr hört euch einfach an, ob ihr das fühlt. Falsche Karten. Jetzt machen wir mit Tarot. So, der Kopf deines Gegenübers. Was geht hier ab? Vielleicht drei Karten, damit wir hier nicht so übertreiben fürs Wochenende. Drei Karten für den Kopf. Ich lese es erstmal auf dem Tisch aus. Ja, was soll ich sagen? Man hat hier was erkannt. Hier geht es weiterhin. Ich bleibe dabei um die Reflexion. Wir haben das Gericht. Wir haben den Hierophanten mit der Stierenergie. Hier ist was erkannt worden. Die Erkenntnis über das Vergangene mit euch. Ja, die Rechtsprechung gerichtlich. Könnte auch noch mit drin liegen. Es geht bald los, ja. Und wir haben hier das höhere Bewusstsein. Also hier wird jemand mit dem Erkanum das Gericht in die Vergangenheit zurückkatapultiert. Man macht hier eine Aufarbeitung. Ja, hier hat irgendwie der Prozess mit Vergangenem zu tun. Vielleicht nähern sich hier gerade Zeiten, Daten, die einen hier extrem an irgendwas erinnern. Womit ihr beide zu tun hattet, wenn nicht. Es ist einfach die Energie, ja. Ja, warum, wieso, weshalb, wollen wir nicht wissen. Kann uns eh keiner erklären. Es ist so. Hier ist die Erkenntnis drin mit der Stierenergie, falls ihr das braucht. Ja, der Hierophant. Dein Gegenüber hat hier wirklich mit der Aufarbeitung zu tun. Was für einen Bockmist habe ich eigentlich gemacht, ja. Wie habe ich mich benommen? Was ist alles in meiner Vergangenheit schiefgegangen? Ich bin gerade momentan überhaupt nicht stolz auf das, was ich hier bin, ja. Oder auf das, was ich lebe. Also, es muss doch mal hier Knack machen, ja. Oder es muss doch wirklich mal hier durchklackern. Wir haben hier das höhere Bewusstsein. Diese Dame, diese göttliche Führung, die einen nicht nur bis zur Teppichkante nachdenken lässt, sondern wirklich auch ins höhere geht. Hier überbewusst werden, ja. Überbewusst. Man versteht hier so langsam, welche Prozesse haben mich hier daran gehindert, mit mir selbst anzukommen und zufrieden zu sein und dich eben dadurch auch glücklich zu machen. Also, ganz viel Selbsterkenntnis, Selbsterfahrung. Wir haben sechs der Stäbe im Herzen. Man hat hier einen Herzenswunsch, ja, mit sechs der Stäbe. Dein Gegenüber hat hier einen Herzenswunsch. Da soll es hingehen. Ich möchte ein besserer Mensch, ein neuer Mensch werden. Ich möchte wieder so fühlen, wie es mal war. Ja, wir haben hier das Erkanum, die Welt. Ich glaube nicht, dass ihr gerade hier eine Geburt habt, aber es könnte auch sein, dass man hier in die inneren Kindthemen zurückschuppert und sagt, okay, was war hier los, seitdem ich geboren bin? Ja, was wollte ich werden? Was wollte ich sein? Wen wollte ich stolz machen? Alles gefühlsmäßig der Prozess, aber hier gibt es einen Herzenswunsch, den dein Gegenüber einfach auch hat, der mit dir zu tun hat. Und wir haben hier, ich muss mich bessern. Ich muss hier wieder die neue oder bessere Version von mir selbst werden. Auch wahrscheinlich eine Transformation, ja. Wo kommen wir denn hier hin? Ich war doch mal ein fröhlicher Mensch. Wo ist das hin? Hier hat man einen Herzenswunsch, auch wieder emotionsvoll lieben und fühlen zu dürfen. Man hat das irgendwann abgelegt, ja. Es ist hier reingekommen, ich muss fühlen. Ich muss mehr mit dem Herz entscheiden. Ich muss mehr mit dem Herz leben. Das ist wirklich ein Herzwunsch. In der Tendenz guckt man hier wieder rückblickend in die Vergangenheit oder in die Zukunft, ja. Man möchte etwas hier komplett hinter sich lassen, durchleuchtet aber dafür auch die komplette Energie und Verbindung mit euch. Die ist wichtig, weil nur das gibt einem Kraft. Mit dir hast du mir gezeigt, es ist möglich, Zusammenhalt zu schaffen, ja. Hier sehnt sich jemand nach deinem Zusammenhalt, den du, obwohl du es vielleicht nicht denkst, doch vermittelt hast. Vertrauen, wir sind eine Gemeinschaft, wir könnten alles schaffen. Das will man mitnehmen von dir. Und vor allen Dingen auch die Verbindung, ja. Man weiß, wo das herkommt. Du hast dir irgendwas wirklich reingesetzt oder bei deinem Gegenüber hinterlassen, wo man weiß, eigentlich zählt nur das. Ja. In der Achterkälte haben wir hier das Akanum, der Mond, haben wir hier eine Fische-Energie noch zu liegen. Auch wieder vergleichbarerweise, ich sehne mich nach dir, ich habe Sehnsucht. Ist ja egal, wo dieser Mensch gerade ist, aber man denkt gerade sehr stark an dich, ja. Zumindest in dieser Energie hier. Man beschäftigt sich mit dir, man hat Sehnsucht. Man beschäftigt sich mit alten Erinnerungen und hier würde auch wieder der angenehme Brief fallen mit den Zeilen oder mit den Sätzen, die du einfach auch hinterlassen hast in schöner Form. Das ist die Unterstützung. Dadurch holt man sich Kraft. Wir haben hier aber auch jemanden, der das angehen möchte, ja. Hier will man wirklich die Richtung wechseln und will das Ganze auch wieder in Ordnung bringen. Wir haben hier Ritter der Münzen. Ich muss bei mir selbst aufräumen. Hier kommt jemand in die Aufräumenergie. Ich muss das selbst in die Hand nehmen, ja. Ja, ich muss das selbst in die Hand nehmen, was ich mir oder was ich nie durchgezogen habe. Hier hat es jemand für, vielleicht hatte hier auch jemand wirklich extrem Glück, ja, lange. Bis es eben dazu kam, dass man merkt, ich bin nicht der Mensch, der hier mit Glück gesegnet ist. Ich müsste das wenigste vielleicht tun, aber irgendwann wird es einfach auch zu viel und ich mache mir was vor. Das ist man hier am Abarbeiten. Man wiederholt hier Prozesse, womit man dich enttäuscht hat und wird hier wieder reingehen mit seiner Münze, wird die passende Größe und Kraft auch wieder suchen für sich. Was ist möglich und was habe ich nicht angefasst, weil es von alleine vielleicht nicht kam, ja. Hier versteht jemand, ich muss dafür arbeiten. Und ich muss dafür arbeiten, bis es passend ist und nicht abhauen, wenn es nicht durchpasst, ja, durch den Kessel zum Beispiel. Eure Energie, eure Schwierigkeiten. Ich kann nicht einfach weg, weil das, was mir geblieben ist, was nicht verschwindet, ist die Energie zwischen euch und die Sehnsucht nach dir. Die Erinnerung, diese Trauer dazu, das nicht mehr ausleben zu können, egal wie man sich benommen hat, ja, man vermisst das. Hier kommt wieder so ein Kontroll, was habe ich verloren, ja, warum habe ich es nicht gehalten, warum habe ich Falsches gehalten. Hier kommt man wirklich sehr schwer in die Energie rein. Reflexion, ich kann nicht alles halten, ich muss auch loslassen, ja. Das könnte mit der Entscheidung zu tun gehabt haben, wo man dann eben hingerannt ist, nachdem man sich alleine gelassen hat. Was haben wir hier noch in der Tendenz liegen. Und dann kriegt ihr noch mal eine Botschaft, wie ihr euch bitte hier verhaltet, auch wenn hier jemand Sehnsucht hat. Hier kommt schon wieder die Rechtsprechung. Hier geht es wirklich um den Prozess. Dein Gegenüber leidet hier fast in der, oder würde in der gleichen Energie leiden wie du, ja. Man hat das Gefühl, mir fehlt genau das Ende zwischen uns. Ich bin hier genauso wenig frei wie du. Wir konnten uns nie aussprechen und bevor oder, bevor das nicht erledigt ist, können wir beide nicht loslassen, ja. Oder verschwindet das, wenn ich hier endlich mal nachgebe. Das könnte auch eine Person sein, die sagt, mein Gott, sag mal, an was halte ich hier eigentlich, ja. Ich bin ja der größte Arsch, zum Beispiel. Wir haben hier, schaffe Klarheit. Das ist für dich dein Auffang, deine Karte. Schaffe Klarheit. Worum geht es hier eigentlich, ja. Es ist wirklich dieses, wenn man dir hier anbietet, noch mal mit dir zu sprechen oder auf irgendeine Art und Weise hier auch mit dem Thema zu tun hat, wo es um eine Rechtsprechung geht, dann tut einem das alles leid, dass es bis hierhin gekommen ist, ja. Und das wird ja aber auch eine Klarheit geschaffen. Für dich definitiv. Auch für deinen Gegenüber, damit ihr loslassen könnt. Oder es gibt dir den Weg der Gemeinsamkeit. Aber dafür muss natürlich erst mal dieser Gegenüber hier in der Tendenz ankommen. Oh, ich sag euch, der Luftdiffuser ist so schön. So, passt auf. Ihr habt Get More Information. Also Informationen sind ja auch wichtig. Nicht einfach einknicken, falls es hier dazu kommt. Ja, können wir mal sprechen. Hier gibt es einfach für jeden, jedem fehlen von euch hier Informationen, die einem hier irgendwie abschließen lassen, ja. Oder ihr verheimlicht euch beide Informationen. Ich habe keine Ahnung. Es könnte hier wirklich sehr stark in einen Prozess reingehen, der gerichtlich sowie energetisch hier passiert. Und ihr könnt beide nicht loslassen, weil euch von dem jeweiligen Menschen die Informationen fehlen. Das heißt, du bräuchtest von deinem Gegenüber die Informationen, könntest sofort loslassen. Dein Gegenüber ist aber genauso gefangen gerade und bräuchte die Informationen von dir und könnte sofort loslassen. Deswegen ist wichtig, hier die Klarheit zu schaffen, ja. Wir haben Recovery. Und das ist auch wichtig, ja. Aber sobald die Gesundheit hier irgendwie leidet, schaffe hier die Klarheit für dich und Grenzen zu setzen, das, was du verpasst hast in dieser Verbindung, ja. Das ist so für dich wirklich ein Befreiungsschlag auf der ganzen Linie. Wir haben jetzt so viel Konfrontation mit der Rechtsprechung und auch, dass du hier klar siehst, was los ist. Letzten Endes versteht hier einfach auch gerade derzeit jemand, was man falsch gemacht hat. Und das könnte zu der Lösung des Bandes, was dich so hält vom Gefühl, auch wirklich zum Ziel bringen, ja. Hier zum Ergebnis fühlen, führen und fühlen, ja. Das Ergebnis fühlen. Boah, wenn es mir echt fällt. Ihr Lieben, was immer hier auch passiert, es geht hier um eine Klarheit, um eine Rechtsprechung. Es war sehr dual, ja. Das habt ihr ja gesehen. Das war sehr dual. Ihr steckt hier wahrscheinlich wirklich gerade beide höchstwahrscheinlich in diesem Prozess drin, energetisch. Und deswegen kann es sein, dass ihr euch beide hier in der Energie gerade so ein bisschen verwirrt. Dass ihr Sachen empfangt, wo ihr denkt, mein Gott, ja. Warum denke ich denn jetzt so? Oder was ist denn das jetzt schon wieder? Bekomme ich jetzt hier Mitleid für die andere Seite? Oder dass ihr versucht aufzuräumen, ja. Jeder für sich. Und jeder ist irgendwie von dem anderen gerade abhängig. Also nicht nur du, sondern auch dein Gegenüber energetisch. Und wenn du die Klarheit hier schaffst, es energetisch komplett loszuwerden, kannst du deinem Gegenüber wirklich alles Gute wünschen und du hast dann den Schlüssel sozusagen vom Gefängnis in der Hand, ja. Dann muss man für dich zusehen, wie bekommt man jetzt hier diese Freigabe, damit man loslassen darf. Weil das scheint wirklich ein extremer Prozess hier bei euch beiden gewesen zu sein, der einfach unanständig verlassen wurde und nicht beendet war. Zumindest nicht korrekt beendet war, ja. Für dich. Geh hier zum Auffangen weiterhin bitte raus mit folgenden. Dragons, also Drachen. Slay them all. Also slay, slay, slay them. Wartet. Ich muss ein bisschen Dampf nehmen. TH ist manchmal echt schwer nach so viel Gequatsche. Slay them all. Du kannst sie alle schlagen. Du hast sie Kräfte, du bist auf dem Hochstand. Und dann haben wir noch, oh, fly. Wings, du kriegst Flügel. You never needed those wings to fly. Also du brauchst, du brauchtest eigentlich nie solch Flügel zum Fliegen, ja. Weil du kannst dir die Leichtigkeit durch diesen Prozess, durch diese Verbindung wieder zurückholen, indem du sie alle schlagen kannst, ja. Natürlich jetzt nicht auf jemanden losrennen und sagen mit der Keule, sondern ihr versteht mich schon ganz gut. Freischlagen. Recht, Rechtsspruch. Kann ja nicht mal mehr Deutsch reden, ja. Also meine Zunge hängt hier schon auf dem Kieferstand von halb eins, ey. Oh, das ist aber auch schwer. Gerade wenn man da noch private Legungen hatte, wo man eine Stunde geredet hat. Man merkt es wirklich. Also an meinem Zungenmuskel kann es nicht liegen, ja. Ich bitte euch. Ihr Lieben, habt einen superschönen Samstag. Tschö-Gong. Liebe wird gesprüht für euch beide. Je nachdem, was das für ein Prozess ist, ja. Solltet ihr euch wundern, das ist wahrhaftig. Erzengel Michaels Liebespray. Ja, ja. Ich weiß nicht, wie man dazu kommt, wo man das her hat, wann er das mal gespendet hat. Aber es ist eine Engel Aura Essenz. Und somit sind die Karten immer, wenn ich hier anfange und reinkomme, mit voller Liebe. Liebe pur, ja. Es geht hier nicht um den Streitprozess, könnte man auch so sagen. Liebe steckt hier überall drin. Der eine zeigt es nur ein bisschen duselig, ja. Weil er es nicht gelernt hat. Der andere will es vielleicht gar nicht so wahrhaben und macht vor den Maskierten und wirkt sehr toxisch. Aber generell geht es bei allen um Aufmerksamkeit und Liebe, ja. Und deswegen sind die Karten hier voll getunkt bis zum Gehtnichtmehr. Dankeschön fürs Einschalten, fürs Abonnieren. Nee, entscheidet ihr. Ihr entscheidet auch Daumen hoch oder runter. Aber es würde mich freuen, weil ich dann vielleicht auch mal gesehen werde von einigen, die es brauchen, ja. Obwohl es kommt. Der Zufall, der existiert schon. Soll schon dahin, wo es hingehört. Tschüssi, ihr Lieben. Danke fürs Zugucken.